Die Bisam, die graben normalerweise wühlen, oder? Ja, oder die wohnen im Bau drin, vom Biber selber, außen. Die zanken sich nicht, oder? Die zanken sich nicht, ne. Ja, die haben ja gestern gemeinsam eine schöne Show geliefert. Zuerst ist der Bisam um den Biber herum, dann wird der Biber um den Bisam. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2019 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.